Wie stande für wie muttende Dürre, so würde ein Ostfriesen aus meiner Heimat in seiner Sprache die Situation beschreiben, in der er vor großen Aufgaben steht und nicht zögern möchte, diese Aufgaben auch in Angriff zu nehmen. Vor dieser Arbeit stehen wir nun und da müssen wir durch. Oder wie wir Ostfriesen sagen, wie stande für wie muttende Dürre. Besten Dank. Auch Ihnen, Herr Kollege Saathoff, gratuliere ich herzlich zu Ihrer ersten Rede. Ich erlaube mir die Anregung, dass Sie vielleicht im schriftlichen Protokoll Ihrer Rede für den Anfang und den Schluss die hochdeutsche Übersetzung hinzufügen, um den Kreis derjenigen, die verstehen, was sie meinen, etwa mit den Wahlberechtigten in Deutschland deckungsgleich zu machen. Es gibt allerdings Kritik, die Schwelle sei nicht deutlich genug erhöht worden. Ich halte diese Kritik für unberechtigt. Diese Anpassung ist mit Augenmaß sorgsam gewählt, um das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Oder wie wir Ostfriesen sagen, man saltt Pulsstock, neidwiede Setten, dass man springen kann. Man saltt Pulsstock, neidwiede Setten, dass man springen kann, Frau Präsidentin. Ich gebe die Übersetzung zu Protokoll. Vielen Dank, Herr Kollege. Und Sie denken an die Übersetzung. Sehr geehrt. Nun liegt ein Entwurf vor aus der EU-Kommission. Und mir fiel dazu ein, als ich es gelesen habe, was der eine sind wohl, ist der andere sind nachtigal. Also dem einen mag es gefallen, dem anderen nicht. Wobei ich glaube, wir können feststellen, uns gefällt es allen nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kind mit Namen hemmen, so sagt man in Ostfriesland. Ich will damit sagen, dass wir der Bedeutung der Politik für die ländlichen Räume in Zukunft dadurch Ausdruck verleihen sollten, dass das BMEL auch die ländlichen Räume in seinem Namen mit aufnimmt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Saathoff. Wie heißt das? Sagen Sie es bitte noch mal. Kind, Mut? Kind mit Namen. Ah, gut. Wieder was gelernt. Gerade bei so wichtigen bundesgesetzlichen Regelungen wie zur Gentechnik stecken die Probleme oft in winzigen Details. So würde man das als Ostfriesisch übersetzen. Aber die Debatte im Plenum wird uns sicher helfen, den Menschen draußen zu erklären, was wir wollen und das möglichst auch mit den Worten erklären, die sie verstehen. Broten, was Chlor ist und was War ist, soll unsere ostfriesische Devise heute sein. Und wenn man die Werte Landschaftsbild, Wertschöpfung aus Tourismus und Werte der Grundstücke mit in die Diskussion um die Mehrkosten für die Verkabelung nimmt, dann denke ich, wird das Ganze auch eine faire Diskussion. In Ostfriesland würde man sagen, der eine hat Knippke und der andere hat Geld. Der eine kann reden und der andere hat das Pät, heißt es in Ostfriesland, wenn Entscheidungen getroffen werden. Viele Entscheidungen wollen gut abgewogen und gut überlegt sein. Einige können wir bereits jetzt treffen, damit wir die von den Bürgerinnen und Bürgern gewünschte Energiewende so auch weiter fortführen können. Und nun wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Früher hat man in Ostfriesland gesagt, wenn Moorgebiete erschlossen wurden, die erst sind dort, die zweit sind not und die da sind Brot. Heute ist eher umgekehrt, dem Ersten sein Brot, dem Zweiten seine Not und dem Dritten sein Tod, wenn wir nichts tun. Man weiß in der Wirtschaft, regnet neid alltid Butter und Brei. Heißt, es regnet nicht dauernd Butter und Brei. Diskussionsbedarf besteht hinsichtlich des Weges, um die Ziele zu erreichen. Am Ende des Prozesses ist man immer schlauer. Was denn der beste Weg gewesen wäre? Oder wie wir in Ostfriesland sagen, achte ran, kakeln Haune. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Dem Strommarktgesetz, der Digitalisierung und dem EEG 2016 haben wir eine ganze Menge Aufgaben vor uns. Und wir haben viel vor. Bei mir zu Hause sagt man, gibt kein Fleischwohnheit und Bunken in Sitten. Es gibt kein Fleisch ohne Knochen oder anders ausgedrückt. Nichts ist ohne Haken. Der Driebe und der Esel denken selten Glick. Der Treiber und der Esel denken selten gleich. Das gilt auch für das Verhältnis von Alt zu Neukonzessionär. Bei uns sagt man, der Eintrieb betalt der Anne Uth. Das bedeutet, dass wir heute Grundlagen schaffen können, von denen unsere Kinder und Enkel profitieren sollen. Das gilt für die ganze Energiewende generell. Es geht um Daten und es geht um Datenschutz. Und wie man in Ostfriesland sagt, open, holden, ambold, kannst du kein Isen skaben. Also mit anderen Worten, man braucht ein vernünftiges Werkzeug, um hier vorzugehen. Proken ist ein Sarg, man down ist ein Ding. Hätte ich in meiner Muttersprache jetzt gesagt. Kann man wörtlich fast nicht übersetzen, kann man aber sinnbildlich übersetzen mit den Worten, reden ist Silber und handeln ist Gold. Und handeln wollen wir jetzt. Es kommen also ständig unterschiedliche Probleme auf uns zu und die zu unterschiedlichen Zeiten eben unterschiedlich anzufassen sind. Man muss also ständig nachjustieren, um es im ostfriesischen Jargon zu sagen. Hör nicht an, ob da hollen und fang nicht an, nee, fang nicht an, ob da hollen und hör nicht ob, an da fangen. Das ist ganz wichtig. Also fang nicht an, aufzuhören und hör nicht an, anzufangen. Das wohl hochnötigt, würde man in Nordfriesland sagen. Also es wird dringend Zeit, dass wir das Fracking endlich gesetzlich regeln miteinander. Keine Sorge um die Stenografen, die kriegen anschließend eine Übersetzung von mir. Wir wollen die Übersetzung aber auch. Frau Präsidentin, Sie haben ein Übersetzungs-Abo bei mir. Herr Kollege, stopp, stopp, stopp. Herr Kollege, so, jetzt übersetzen Sie bitte Ihren ersten Satz. Frau Präsidentin, sehr gerne. Das, wo hoch nötigt, ist aus dem altostfriesischen und bedeutet, das wurde aber auch dringend Zeit. Ah, gut. Vielen herzlichen Dank für diesen Erkenntnisgewinn. Dankeschön. Allerdings gibt es einen deutlichen Webfehler im Gesetz. Und das will ich an dieser Stelle auch nochmal ausführen. Nämlich die Übertragung von Aufgaben der Fischereiaufsicht von der BLE auf die Bundespolizei beziehungsweise auf den Zoll. La de carte man loben, melk gibt sie doch nicht, sagt man in Nordfriesland, wenn ein eigentlich Unzuständiger sich für zuständig erklärt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bestand dafür wie muttende Dürr, sagt man in Nordfriesland, wenn man vor großen Herausforderungen steht, diese mutig angehen möchte, ohne zu zögern. Und diesen Satz habe ich am Anfang meiner ersten Rede in dieser Legislaturperiode begonnen. Und dieser Satz gilt auch heute noch. Licht lieber dran, dass man die in den Kolonche macht, musst du ein von den Kolonche wehen. Albert Einstein hat das wie folgt übersetzt. Und Achtung, ich zitiere. Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss so ein Schaf sein. Menschen, die nicht über ausreichend finanzielle Mittel für Immobilien verfügen, können nun erstmals direkt und aktiv an der Energiewende partizipieren. Man muss sich um Lütschelü kümmern, sagt man bei uns in Ostfriesland. Das bedeutet, wir müssen bei der Energiewende nicht nur die Investoren im Auge haben, sondern vor allem an die Menschen denken, die die Energiewende mit ihrer Stromrechnung tragen. Und Sie wollen den Wert der Muttersprache in den gesellschaftlichen Fokus setzen. Meine Muttersprache ist Plattdeutsch. Und als ich damals in meiner eigenen Gemeinde bin, habe ich damals, wie es davon überzeugt war, dass das Bete ist, wenn man mit der Lü, die direkt mit einem Tadell haben, auch im Plattdeutsch sprachen kann. Ich würde sagen, Sie mögen die Worte vielleicht nicht gerne hören, aber das ist so eine Art Schlüsselkommunikation, das ist eine Schlüsselqualifikation. Man muss einen gemeinsamen Sprach haben, damit man sich tägensiedig auch unterholen kann und miteinander auch sprachen kann und sich verstahlt. Und ich habe Lüge erlebt in Iowa, die sind zünftig Jahre alt, die können bestens Plattdeutsch sprachen, aber kein Wort Hochdeutsch. Das sind bestens integrierte Amerikaner. Und die Engels können nicht darin leben, dass die in Amerika gut wandert sind. Das kann die Köfe gewissen. Und sie dauern so, als wenn man Angst haben muss dafür, dass irgendein von Boten noch seinen Influss in uns Sprache hingeben hat. Deutschland profitiert davon, dass wie Tau-Sammen-Vasen in der Welt, Tau-Sammen-Vasen in der Welt geht nur, wenn man sie tägensiedig und erheulen und verstanden kann, auch wenn man die richtige Sprache trugen kann. Herr Kollege Saathoff, abgesehen davon, dass Sie bitte darauf achten, dass wir alle auch verstehen, was Sie sagen, wollte ich Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Spangenberg akzeptieren. Herr Präsident, die AfD vermutet, dass durch Quantität ihrer Zwischenfragen ihre Arbeit mehr gewertschätzt wird. Die Qualität lässt aber deutlich zu leiden. Und wir haben das heute erlebt. Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Angst ist also der Grundlag von höher politischem Handeln, Leitkollegen von AfD. Sie dauern so, als ob man höher was wegnehmen würde, wenn was anderes zu Tau kommt. Und das Tegendeil ist der Fall. Deutschland wurde nicht arme, die andere Sprachen. Deutschland wurde rieke. Und darauf mutten wir stolz wehen. Wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es verstanden zu werden. Bei den Autoren des Antrags ist es, glaube ich, egal, ob ich platt spreche, Deutsch, Englisch oder Kiesuaheli. Hören und Verstehen sind eben zwei verschiedene Dinge. Oder wie wir in Ostfriesland sagen, ich verstehe die Wahl, man begript ihn halt. Und ich möchte mich abschließend ganz herzlich entschuldigen beim stenografischen Dienst. Und ich gelobe Besserung. Ich danke dem Bundespräsidenten für das Verständnis. Und besten Dank für Tauhören, Leitkolleginnen und Kollegen. Das ist eine große Herausforderung, vor allen Dingen für die Stromnetze, auf allen Ebenen. Aber da darf auch nichts auf die lange Bank geschoben werden. Wir in Ostfriesland würden sagen, nötigste Geid für Droxte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Saathoff, Sekunde, bitte. Ich komme aus Bayern. Ich habe den einen Satz definitiv nicht verstanden. Wie hieß der? Frau Präsidentin, ich bitte herzlich um Entschuldigung. Nötigste Geid für Droxte heißt so viel wie, das Nötigste geht vor dem Dringendsten. Alles klar. Dankeschön. Jetzt wissen wir es. Das ist unsere multikulturelle Realität in unserem Land. Das nur mal als kleine Nebenbemerk. In Ostfriesland hätte man dazu gesagt, wenn drum geht, dass ein was geht, dann sit in Uhl. Mit anderen Worten, man kann mit dem Mund immer schnell irgendwas behaupten. Aber wenn es dann tatsächlich um Sachen geht, die man umsetzen muss, dann traut man sich nicht. Es ist so, dass man in Ostfriesland sagt, wenn jemand von außen immer reinkommentiert, ohne wirklich gründlich Ahnung zu haben, Herr Cotter, da sagt man, die schlaueste Kaptein steht immer ob diek. Und das gilt in diesem Fall natürlich auch. Vielleicht ist das auch eine gute Grundlage, mal politische Scharmützel zur Seite zu legen, um mal zu gucken, ob wir nicht alle miteinander das Gleiche wollen. Mit gutem Willen bekommen die demokratischen Parteien im Hause einen interfraktionellen Kompromiss hin. Oder wie man in Ostfriesland sagt, die Brücke der Begegnung heißt entgegenkommen. Und in dieser Sache ist es unsere Mühe allemal wert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Saathoff. Ich habe schon auf Ihren Satz gewartet, aber er ist ja gekommen. Ich habe gedacht, Sie sagen das, wie Ihre Mama das gesagt hat in ihrer eigenen Sprache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Ostfriesland würde man sagen, was Boben in Sack ist, muss er erst werut. Im Englisch hieße das last in, first out oder ich will das mal frei übersetzen. Das Wichtigste muss zuerst erledigt werden. Vieles ist noch Zukunft bei der Green Shipping-Technologie. Aber in Ostfriesland würde man sagen, das sind die Drömmers, die die Welt in Armen hollen. Neid der Arten-Telles oder für die Alpin-Sozialisierten unter uns. Die Träumer halten die Welt im Arten, nicht die Erbsenzähler. Die Fischerei gehört nämlich generell nicht gerade zu einer Branche, die verwöhnt ist. Oft mussten die Fischer und deren Familien mit wenig auskommen. In Ostfriesland sagt man, ein Lütsche-Fisch-Up-Disch ist immer noch beter als ein Grot-Fisch in Deib. Halt, 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 halt. Stopp. Wie immer darf ich Sie aus Süddeutschland kommen und bitten, Ihre friesischen Weisheiten uns zu übersetzen. Ja, Frau Präsidentin, ich dachte, wir hätten keine Zeit mehr. Das mache ich ganz gerne. Ja, wenn Sie das sagen. Ein kleiner Fisch auf dem Tisch ist immer noch besser als ein großer Fisch im Kanal. Vielen herzlichen Dank. Wir haben viel zu regeln, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Energiepolitik. Und in Ostfriesland würden wir sagen, wir im Hals wagte down. Lassen Sie uns endlich anfangen. Vielen herzlichen Dank, Johann Saathoff. War der letzte Satz jetzt die Übersetzung? Weil das müssen Sie mir, ich komme aus Schwaben, aus dem Süden. Was haben Sie denn uns sagen? Ja, wir im Hals wagte down heißt so viel wie, das kann man nicht wörtlich übersetzen. Ja, dann ungefähr. Wir haben noch eine ganze Menge vor uns zu tun. Gut. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich immer auf den Sprachunterricht. Endlich schaffen wir den PV-Deckel ab. Ehrlich gesagt, auch in letzter Sekunde. Das wurde dringend Zeit. Wir haben die 52 GW nämlich Gott sei Dank erreicht. Und damit schaffen wir auch das Begrenzungselement für den erneuerbaren Energieausbau ab. In der genossenschaftlichen Welt sagt man, wir machen den Weg frei. In Ostfriesland würde man sagen, nun kann rechtsgarten Wiedegahn. Und Frau Präsidentin, diesmal übersetzt nicht direkt. Nun kann es richtig weitergehen. Wie viele in der SPD-Fraktion bin ich als ehemaliger Bürgermeister also fest kommunal verwurzelt. Und wie wir in Ostfriesland sagen, wenn die Wurdels daib genug sind, beruht man für den Wind neibaren wehnen. Oder Frau Präsidentin, wenn Sie erlauben, wenn die Wurzeln tief genug sind. Wenn ich erlauben, das erwarte ich. Wenn die Wurzeln tief genug sind, dann braucht man keine Angst vor Wind haben. Ich freue mich immer, wenn Herr Saathoff redet auf seine friesischen Weisheiten. Ja, für jemanden aus dem Unterallgäu ist das wirklich weit weg. Ich möchte mich bei Rudiger Kruse bedanken für die unkonventionelle Art der Erarbeitung des Antrages. Wie immer eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und darf abschließend sagen, in Ostfriesland und auf den Werften würde man sagen, Frau Präsidentin, wenn Sie so weitermachen, kriegen Sie noch mal das ostfriesische Indigenat. Also die Leute auf der Werft haben unsere Hilfe verdient. Oder mit anderen Worten, wir lassen die Menschen auf der Werft nicht alleine und im Regen stehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Saathoff. Aber ich will mal sagen, außer der Reihe, es gibt schon noch ein Meer in unserem Land. Wir haben ein schwäbisches Meer. Und wenn Sie noch nicht da waren, dann gibt es sicher Kolleginnen und Kollegen, die Sie gerne dahin einladen. Nennt sich Bodensee. Es gilt in der Energiepolitik wie allgemein im Leben. Wie wir in Ostfriesland sagen würden, tellt blutwärts skiert Wort oder übersetzt, Frau Präsidentin, auf schlau. Es reicht nicht, dass er zählte. Es zählt nur, dass er reichte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für den Sprachunterricht, der mir als Süddeutscher immer besonders gefällt bei Ihnen. Aber wir müssen auch Brücken bauen. Wir müssen sehen, dass Zivilgesellschaft zusammenkommt, dass Menschen sich begegnen können. Wir wollen Brücken bauen und tiefe Wurzeln des Friedens schlagen. Frau Präsidentin, wenn die Buddels tight genug sind, brucht man für Windneidbahnen wehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, bitte, aber wie immer jetzt die Übersetzung für die Süddeutsche. Damit habe ich gerechnet. Also, wenn die Wurzeln tief genug sind, dann braucht man keine Angst vor dem Wind haben. Vielen herzlichen Dank, lieber Johann Sartoff. Wer behauptet, dieser Weg ginge nicht, dem kann ich nur auf platt antworten. Geidneid, Gifneid. Und die Vorsitzende, die Präsidentin will wie immer die Übersetzung. Frau Präsidentin, Sie stehen kurz vor dem ostfriesischen Indigenat. Geidneid, Gifneid, hätten Sie schon selber übersetzen können. Geht nicht, gibt es nicht. Dankeschön. Gehen wir ja um die Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, lieber Johann Sartoff. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend. Ja, jetzt schon. Ja, jetzt schon.